Die Höhle der Löwen. Wir würden gerne ein Angebot machen. Vorhang auf für geniale Geschäftsideen. Ich bin die Erfinderin der Glammys. Unsere Produkte sind 100% natürlich. Kraftgeräte gibt es ja genug, aber dieses Gerät gibt es noch nicht. Ihre Präsentation ist wirklich hervorragend. Einer der besten Gründer, die ich seit langem gesehen habe. Vorhang auf für unglaubliche Angebote. Eine Frechheit. Ich fühle mich gerade latent verarscht. Sie lächeln dabei, ich finde es aber nicht lustig. Die Erfolgsshow. Das ist für mich die schwierigste Entscheidung, die ich bisher in der Höhle der Löwen vor mir hatte. Die Höhle der Löwen. Dienstag, 20.15 Uhr. Das ist für mich der Löwen. Dienstag, 20.15 Uhr.